Hey Freunde, servus, ich bin's, der Randon. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich kurz vor der nächsten Mission bei Reyes. Reyes, Reyes. Jetzt ist natürlich die Frage... Ich glaub, das Stück reitig. Ich glaub, das Stück reitig. Vorausgesetzt, mein Pferd kommt zu mir. Da kommt's angerannt. Komm her, Fernandes Poporosa del Sombrero. Äh, schwerer Name zu merken, aber dafür umso wunderschöner. Muss ich sagen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Da ist eine Nebenmission. Oh, der will wohl fliegen lang. Nichts, glaubst du? Hallo, Freund. Wollt ihr, um die Spiele zu genießen? Ich glaube, ich habe. Was machst du da hier? Du kennst, ich versuche, auf die starken Wunderschönen in dieser Region, um zu launchen meine ersten Flugzeuge. Du sollst versuchen, diese verrückte Dinge zu fliegen? Ich werde sohre wie ein Egel, oder mein Name ist nicht Charles Kinnear. Ich werde sohre wie ein Egel, der durch diese Wunderschönen in dieser Region. Ja, ich werde. Ich werde sohre wie ein Egel, aber ich werde sohre wie ein Egel, um die Wunderschönen in die Wunderschönen. Ich habe sohre wie ein Egel, um die Wunderschönen in der Wunderschönen. Ich habe sohre wie ein Egel, um die Wunderschönen in der Wunderschönen zu verbrechen. Aber ich kann nicht abhörten meine Maschine um mehr Materialien zu holen. Welchen Materialien Sie sprechen, Charles Kinnear? Ich brauche ein paar Wunderschönen. Es ist nicht egal, welchen Form, mit einem Parcel von Beaverhüten, um die Wunderschönen zu verbrechen. Und mit einigen Redsage, um es alles zu pliabel zu machen. Okay. Ich denke, ich kann all diese Dinge finden. Ich werde zurück, Charles. Weil du aus diesem Kliff leppst, ist etwas, das ich muss schauen. Oh, sie wunderschönen, liebe Icarus, Sir. Ja, sie haben sie! Finde die Zutaten. Wir dürften eigentlich schon noch nicht alles haben. Also, Biberfell haben wir auf keinen Fall. Wir haben nämlich noch keinen Biber getötet. Roten Salbei könnte ich noch übrig haben. Und Vogelfedern. Ah, ich habe viele Vögel gekillt, aber ich glaube, die ganzen Federn hatte ich vertickt. Ja, gucken wir mal. Ich würde sagen, wir kommen auf die Mission zurück, sobald wir einen Biber gefunden haben. Und dann sehen wir weiter. Jetzt machen wir uns aber wieder auf den Weg zu Reyes. Reyes. Um die Mission zu machen. Äh... Oi, 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 oi. Das war auch ein scheiß Wetter. Also, bei dem Wetter würde ich nicht fliegen wollen, ganz ehrlich. Da, 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 da. Das ist ein ganz schönes Stück, hey. Ich habe eigentlich gedacht, wir sind da innerhalb von 20 Sekunden oder so. Aber die Map ist doch nicht ohne. Gott, ich fall hier bloß nicht runterpferd. Übrigens, das Pferd hat echt lang überlebt, seit wir so einen wunderschönen Namen haben. Also, ist nicht gestorben. Dafür hatte ich ja in der einen Folge die Kutsche so ein Stück gekillt, ne? Und ein bisschen Schwund ist immer, ein bisschen Schwund ist immer... Wo gehobelt wird, fallen auch... Warum ist die Ähre jetzt weg? Was habe ich denn jetzt gemacht? Was ist denn jetzt schon wieder für einen Scheiß passiert? Fuck it, ich mach die Mission. Äh! Los! Freut euch auf... Der große mexikanische Eisenbahnraub. Wo ist Abraham Reyes? Hier, amigo! Hier! Well, 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 look who it is. The American Bandit-turned-Bounty Hunter who is about to win the Mexico Revolution! Ich weiß nicht mehr, Herr. Nein, aber ich mache, Herr John Marston. Ich mache. Ein Mann wie Sie, oder ich, mit nur ein paar solchen Mann, kann ich sagen, dass ich das ganze Land regieren kann. Hey, Herr Mannos Unidos! Send meine Leute frei! Libre, Mexiko! Mexiko! Libre, Mexiko! 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 Viva Revoluzion! Der Energie ist, 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 ist like food to me. Ich fühle, ich war es für sie und sie war es für mich. Gut für Sie. Wenn ich diese Menschen regiere, werde ich fair und wahrnehmen, und wahrnehmen, und wahrnehmen. Wie soll ich fragen? Es ist sehr einfach. Ich weiß diese Menschen. Ich weiß diese Lande. In kurzem, ich kann sie besser machen. Es muss sich schön sein, zu sein Mann zu sein, mit seinem Besten. Herr, ich mache es nicht für mich selbst, John Marston. Ich mache es für meine Leute. Ja, genau. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe es für mich selbst, das ist hinter einem Mann wie du. Manche Leute, das ist nicht? Nein, das ist nicht? Sehr leicht, ist hinter einem Mann wie ich. Ja, ganz gut. in diesem Fall, ich denke, eine kleine Verbrauchung wird ein schöner Tag. Es ist alles gut, natürlich. Kommt, mein Bruder, wir lassen uns, während der Iron ist heiß. Der kommt auch von Arschbacken auf Kuchenbacken, gell? Ah, hier, bla bla bla, mein Volk und so weiter. Komm, wir raugen jetzt das Ding aus. Wie ist es? Hä? Du musst mir sagen, Marjorie, sind meine Sätze korrekt? Hast du zu Mexiko gekommen, um deine zwei besten Freunde zu töten? Nichts genau. Wir waren Freunde einmal, viel hat sich verändert seitdem. Jetzt, dass wir Freunde sind, ich hoffe, dass du mir ein Warnungsstück geben kannst, wenn du eine Säule zu töten hast, um mich zu töten zu töten. Du bist der erste zu wissen, wenn ich dich töte, ich versuche. Also, wo sind sie? Wer? Williamson und Escuela. Ich bin nicht sicher, wo genau sie sind. Sie sind definitiv in Mexiko. Das viel ich weiß bereits. Du sagst mir, dass du sie gefunden hast. Und ich werde. Ich habe mein sehr guter Mann gearbeitet. Ich glaube ja nicht dran. Es klappt doch nicht. Wo warst du mit diesem Williamson und Escuela? Wir waren in der gleichen Gang zusammen. Unter einem Mann called Dutch. Wir waren alle Schäuze, Kinder. Loss, angry und vergessen. Er hat uns irgendwie schraubt. Und dich in die Kriminale? Dutch nicht so gesehen. Wir verraten Banken, verraten von den Reichen. Und wir verraten das Geld der Menschen, die es mehr brauchten. Also, er war auch ein Revolutionärer, wie ich. Ich glaube, er sieht, dass das System der Macht rutscht ist und die gute Leute verletzten sind zu lange. Und er glaubte, dass die Veränderung nur möglich sein kann, wenn es brutal und verletzend ist. Er machte die Amerika, wie er sollte es sein. Ich mag den Sonnen dieser Mann, Dutch. Ein weiterer Idealist. Wo ist er jetzt? Ich weiß nicht. Aber ich muss ihn finden, als ich mit dem zwei fertig bin. Im Endeffekt, er ging und singt. Er hat die Hoffnung in alles. In alle. Ich würde so gerne die Vorgeschichte davon spielen. Du hast so eine Geschichte, John Marston. Ich bin wirklich ein bisschen gegründet. Gegründet? Auf seinem potenziellen Potenzial, wie ich. Er würde einen exzellenten Fahrrad machen. Eine Bullfight? Nein, mein Freund, das ist eine Fahrrad. Nein, ein Fahrrad ist so Mexikanisch wie Mexiko selbst. Eine Song, eine Poeme, eine Geschichte, eine Ballade. Eine Musikkarte zu einem Heroic Mann und ihren großartigen Geist. Es gibt über ein paar hunderten über mich. Ich erzähle mich, zu bleiben von Menschen mit Guitars. In einem Land, wo die meisten Menschen nicht lesen. Die Bibel ist ein starkes Beziehung für Kommunikation. Wir machen, was wir können, um die Lies und die Propaganda der Regierung. Ich weiß. Ich habe gesehen, deine Posten. In der Kapitel, sie sprechen bereits über meine legendäre Escapa von El Presidio. Wie ich schaffte ein Tausend Mexican Soldaten mit meinen bare Händen. Endlich, die Menschen haben die Wahrheit. Ich habe gesehen, was du denkst von Agustin Allende, Jung? Ich habe genug gesehen, dass er nicht ein guter Mann ist. Es ist schlecht genug, dass er die Menschen, die er zu retten hat. Aber es ist schlimmer, dass er ihn genutzt hat. Irgendwas, muss er ihn so machen. Er hat ihn so gemacht, mein Freund. Das und Sánchez natürlich. Wer? General Ignacio Sánchez. Unsere Land ist ein Kind und Generous Diktator. Alles kommt von ihm. Es ist wie ein Vater, der sich ein Kind schützt, und dann der Sonne schützt sein und schützt ihn ihn. Das ist ein sehr spezifischer Beispiel, Abraham. Wie ist es eine Marionette? Wie sagst du, Poppe? Alles, was er macht, wird durch Sánchez kontrolliert. In Amerika? Sie sagten uns, dass Sánchez hier alles besser macht. PINCHE Propaganda! Er spricht über die ökonomische Reform, über wie es ist eine neue Goldeneis für Mexikanische Menschen. Aber schau dich an. Die Menschen sind vieler als immer. Ist das unser Zug? Es gibt nichts mehr als ein Perrito für General Sánchez. Ein was? Ein kleiner Puppetog, der legt seine Füße und macht ihn liefst. Ich habe ja schon gesagt, dass... äh, gleich. Da ist echt nicht möglich. Das Auto ist ein paar Shuunnțiere eigenartig. Das ist ein Pfadengst, das wir brauchen. Aber das ist auch aufiges für die Einrichtungen. Aber es ist auch mit den Gästen präsentieren. Wir setzen uns eine sehr höchste Entschuldigung. Du kannst den Trennen und dann kannst du die Armee wegschrauben. Okay. Okay. Aber hör mal, wir müssen das tun, bevor der Trennen rauskommt. Du machst es so einfach so einfach. Na gut, habe ich nicht gewonnen, Freunde? Es gibt zu viele Soldaten. Wir müssen sie überraschen. Hier, nimm dieses Knochen. Du kannst es um die Armee wegschrauben. Warte, bis ich sie abstrakte. Dann komm auf den Trennen, so schnell wie du kannst, John. Gut, gib mir Zeit, um ihre Augen zu bekommen. So Zuglevels zu machen. Und ich finde es einfach immer noch geil. Oh, oh. Äh. Nein. Och. Kack, Steuerung. Kack, Steuerung. Hätte es so gut laufen können. Hete, hete, Fahrrad, kete. Ah, schön. Nein. Nein. Äh. Oh, ist das ein Scheiß. Ah, die Steuerung ist viel zu steif. 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 Nochmal. Ich habe jedes Mal ein Messer mehr. Eins. Zwei. Haben wir mal diesmal den hier zuerst. Okay. Sehr gut. Oh. 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 Übernimm die Kontrolle der Kettlinger. Nicht schon wieder, oder? Ach, ist der schön umgefallen. Tous. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Ich wusste eben, musste ich echt kurz aufhören zu schießen. Um zu gucken, wo die sind. Ich sehe aber auch niemanden mehr. Regeln wir das mal von oben. Oh! Oh! Alter, will ich mich verarschen? Geht doch. Ich will immer nachladen, dann springt er so doof. Ja, ich rolle mich vor. Das ist so geil. Aber wir dürfen sogar selber fahren. Ach, wie schön. Ja, das ist so geil. Ja, das ist so geil, das ist so geil. Du stehst wie ein Kratzer auf dem Train. Magnifazin. Geh an und blöde die armierte Karte und ziehe was, was du brauchst, mein Bruder. Vom. Richtig, Bruder, wir haben nicht viel Zeit. Oh, oh, oh. T-T-T-Dynamite. Ja, geht mal, geht mal, geht mal weg. Ich bin gespannt, was da drin ist. Nein, jetzt bleib halt unten. Rest in peace, mein Freund. Unsafe. Oh Gott. 30. 85. 25. Ja, cool. Und ein Brief. Und einen neuen Revolver. Oh. Dann hauen wir jetzt ab. Ja, schön runtergerutschtes kleine Stück. Ja, schön runtergerutschtes kleine Stück. Ja, schön runtergerutscht, ey, Mr. Marston. Sehr noble, ich bin sicher. Aber ich muss wissen, wo Williamson und Escuela sind. Alles in gutem Zeit, mein Freund. Ich bin auf dem Leren, diese Brüder. Ich sehe dich zurück in der Ranch. Oh. Meine Spies sagen, dass sie bald bald die Informationen haben, die Sie brauchen. Oh, Mission erledigt. Gut. Gut. Ich glaube, ich bin mein Pferd und gehe speichern. Leute, ich muss jetzt hier dann langsam Schluss machen. Ich habe jetzt fünf Videos am Stück aufgenommen oder so. Langsam wird es ein bisschen viel. So. Einfaches Camp. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis dann.